Willkommen! Ja, lang ist es ja, dass mein letztes Video auf diesem Channel mal hochgeladen wurde. Ich weiß gar nicht wie lange. Egal, und ich dachte mir, ja, jetzt hab ich wieder ein bisschen mehr Zeit. Boah, hatte ich echt nicht so viel Zeit. Und, ja, ich mach halt nur ein paar Videos mehr jetzt, ne? Und ich dachte mir, ähm, warum nicht gleich erstmal eine Runde Spleave am Anfang? Ich weiß nicht, ob ihr Spleave kennt, also in Minecraft. Mal gucken, ob es grad frei ist. Ja, perfekt. Ich hoffe mal, dass da jetzt auch Leute sind. Ähm, nein, forever alone. Okay, ähm, worum geht's eigentlich in Spleave? Es geht darum, ihr seht das hier, man hat hier so eine große Fläche. Und eigentlich sind mehr Matchspieler da als nur ich. Ja, das ist so ein bisschen failmäßig gerade. Egal. Auf jeden Fall geht's darum, dem anderen Leuten den Boden unter den Füßen wegzuschlagen, sodass die nach unten runterfallen. Das geht eigentlich ganz einfach, weil jeden Klick, den man hier macht, ist dann sofort der Block weggeschlagen soll, dass ich wieder mit meinen Händen so gestikuliere, so viel, dass, keine Ahnung, ich bin halt italienische Abstimmung. Nein, bin ich nicht. Also, keiner da beim Spleave, okay. Ja, ich hatte vorgestern schon mal ein Video gemacht und in einer anderen Umgebung im Wohnzimmer, das ist ungefähr da unten, ja, so auf, mit, äh, keine Ahnung, so. Da hab ich nicht meinen normalen Bildschirm, sondern Fernseher gehabt, aber, naja. Ist zwar größer, aber, äh, ist weiter weg, ist so scheiße. Wenn man schön gechillt auf der Couch liegen will, geht das wo, aber so geht das nicht, weil, ne, und dann, äh, so. Geh mal hier mal und machen einfach so, was spielen wir denn mal Feines? Wir spielen mal. Wir spielen einfach mal eine Runde. Gibt's hier Spleave auf dem Server? Ich weiß nicht, ich glaub nicht. Paintball? Hunger Games? Wir spielen mal eine Runde Hunger Games. Einfach mal so, wie wir's können. Oder Paintball oder Team Fortress. Hm. Oder Minesweeper. Nein, Hunger Games. Show. Ja, 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 ja. Ja. Was ist das? Das kenn ich gar nicht. Ähm. Ja. Gut, also, worum geht's jetzt hier drinnen? Was ist das für eine Welt? Oh mein Gott. Was ist das? Wie kommt man da? Äh. Okay. Also, es geht los in zwei. Eins. Und. Es ist unser Ziel jetzt, alle möglichen Leute zu verkloppen. Oh. Und. Auf geht's. Ab geht die Post. Verpiss dich. Ah, au. Nein. Ja. Wir müssen den jetzt hier vermöbeln. Und ich bin tot. Ja. Ich glaube, jeder von euch kennt Hunger Games, oder? Das war jetzt nur halt so eine abgespeckte Variante. Könnt ihr aber aus dem Bildblickfeld gehen? Ah, ihr kleinen Kinder. Klein Pisskinder. Mann, ich. Auf zum Spawn. Das ist doch scheiße. Warte. Auf, zurück. Das ist doch scheiße. Nein. Ich muss zurück. Da. So. Ja. Ähm. Arena 6 war das, ne? Oh. Schnell rein. Puh. Gut. Oh, es geht los in... Oh. Scheiße. Okay. Die kenne ich noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Nein. Lol. Lol. Da war noch keiner dran. Zehn Sekunden nur. Wollt ihr mich verarschen? Oh. Wegrennen. Ja. Gut. Ähm. Letztens war ich auch hier. So. In der Gegend. Unterwegs. Oh, Alter. Bist du behindert? Hat der ein Holzschwert? Ja. Ist das ein Holzschwert? Ich weiß nicht. So. Warum willst du mich auch umbringen, Junge, hä? Warum willst du mich umbringen? Warum? So. Jetzt muss ich ihn erstmal töten. Mann. Warum sterbe ich denn immer? Ich bin so schlecht. Jetzt reicht's mir. Puh. Dann halt keinen Hunger Games. Dann fickt euch doch alle. Jetzt geht's zum Paintball. Paintball-Spiel. Yay. Hallo. Da ist Cooper. Und da ist Paul. Und da ist... Und das was hier. Und das, äh... Irgendwas. Irgendwas ist da. So. Ah ja. Paintball. Ja. Ich sagte. Paintball dürftet ihr alle kennen. Oder etwa nicht. Kennt ihr nicht Paintball? Dann. Naja. Es geht eigentlich drum. Guck. Es gibt zwei Teams. Das rote Team. Und das blaue Team. Die sind immer blau. Und die sind immer rot. Nein. Nein. Von der Farbe her. Und es geht halt um die anderen von dem anderen Team abzuschießen mit Schneebällen. Und also ihr habt Schneebälle und die feuern halt wie Schneebälle. Aber na. Wenn du damit Leute abschießt, dann... Ja. Kriegen die Schaden. Und dann gewinnt man. Wenn man alle anderen vom anderen Team umgebracht hat. Was gar nicht so einfach ist. Genau. Und jetzt warten wir hier. Weißt du, da willst du mal kurz was aufnehmen. Und denkst dir. Oh. Ja. Guck mal. Das Hellrider 32. Oh. Komm her. Schade. Daneben. Aber nein. Das ist immer sowas hier. Nasenbär 2000. Wie episch. Der ist bestimmt auch erst zwölf. Deswegen hast du 2000 im Namen. Könnte ich mir denken. Also. Layton. Ist das Professor Layton? Heißt das Spiel überhaupt so? Und das Shadow und Butterball oder Butterball. Oder Butterball. Das Schmika Maximilian und es geht los. Ich bin Team Blau. Ihr seht, ich stürme immer ziemlich krass voraus. Und dann geht's. Alter. Nein. Ich bin schlecht. Ich bin so schlecht. Ey. Das ist gar nicht so einfach. Ja. Wenn man sich hier konzentrieren muss. Dass man die Leute abknallt und dann... Was auf jetzt? Und ich bin gestorben. Mann. Das ist unfair. Das kannst du nicht bringen. Das kannst du nicht bringen. Oh. Scheiße. Ähm. Ich muss da hin. Komm. Wir machen jetzt nochmal Hunger Games hier. Oh Mann. Warum ist das denn schon gestartet? So. Arena 4. Oh. Die ist krass. Das ist hier am Star Wars. Gell? Ähm. Ja. Und da geht's hier eigentlich um das Gleiche. Nur das gerade... Ja. Jetzt sind wir jetzt schon mal zwei da. Es geht los und meine Webcam steht da. Deswegen mach ich die mal so. Lol. Warum seh ich die nicht? Warum? Ah. Jetzt. Nein. Rennt doch nicht in die gleiche Richtung wie ich, Jungs. Nein. Oh. Ich dachte schon, der hat den gleichen Skin wie ich. Ich hab schon voll den Schreck bekommen, Alter. Sonst hätte ich den jetzt umgebracht, eiskalt. Ähm. Ich bräuchte vielleicht ein Schwert. Hallo? Ein Schwert vielleicht, bitte? Bitte ein Schwert. Ich brauch ein Schwert. Gib mir ein Schwert. Ah. Ich brauch gar nicht so viel zu mampfen. Ich brauch ein Schwert, Junge. Ich geh jetzt hier hoch in das Raumschiff. Puh. Fick dich doch. Mann. Mann. Nein. Nein. Ich weiß sowas von sterben. Ah. Hab ich da jetzt schon wieder keinen Bock drauf. Ja. Die haben alles schon. Ach. Weißt du. Bist du mit so wenigen Leuten unterwegs und willst was machen und dann. Ne. Dann immer sowas. Wenigstens mal etwas. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Renn. Renn. Alter. Das war ein Behinderter. Jetzt rechts mir. Geh weg. Wie heißt der überhaupt? Schachbrett. Ich hab getötet. Wo ist denn der Typ hin? Äh. So. Ich bin natürlich jetzt fast tot und der Typ ist weg. Ach der ist da oben in dem Teil drin. So. Ich guck jetzt rum, ob ich mal irgendein schönes Schwert finde. Ne. Weil. Da kommt er. Da kommt er. Hoffentlich sieht er mich nicht. Ich renne mal hier ganz schnell dahinter. Das ist natürlich alles schon leer hier. War klar. War klar. War klar. Also richtig krass ist das, wenn da hier 20 Leute drin sind. Dann ist das richtig übel. Richtig übel ist das. Ah. Ey. Ich werd sowieso jetzt abflusen. Von daher machen wir's kurz und schmerzhaft, ne? Ho. 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 Wo ist der denn hin? Ach da. Hallo. Hallo. Das ist ein Schwert. Ich werd sterben. Blinde Zerstörungswut. Gesehen. Ich bin gestorben. So. Kann man da oben noch rein? Ja. Oh. Das ist... Nein. Scheiße. Gib mir die Sachen. Gib mir die Items. Ich will die Items. Ach. Hier geht's raus. Ach so. Ho. Ach so. Das wusste ich gar nicht. Oh. Was ist das? Nein. Nein. Alter. So ein Pisser. Er soll weggehen. Nein. Das ist doch scheiße. Das ist kacke, wenn man so schnell stirbt immer. Arena 2. Join jetzt. Dann join da rein. Nein, da waren wir schon. Da rein. Da rein. Das. 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 Ich will da irgendwo rein. Komm schon. Eine Runde will ich wenigstens gewinnen. Das versorgen mir meinen ganzen Tag sonst. Nein, natürlich nicht. Da kannst du mal aufhören, nicht vorzudrängeln, Alter. So ein Behinderteil. 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 Din, 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 din. Din, 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 din. Jetzt kommt meine Hackkünste zu vorschauen. Natürlich hacke ich nicht. Mensch. Kinder. Hacken ist scheiße. Haha. Cheatness wie Becher. Wollst du hier nicht dran, oder was, Junge? Muss man nicht verstehen, ne? Muss man einfach nicht verstehen. Tja, Jungs, was sagt er jetzt? Ziemlich mies, wa? Ziemlich mies. Ja, ich weiß. Ich bin böse. Ich bin ein böser, böser Mensch. So, jetzt, weil ich so böse bin, werde ich mir all die Sachen schnappen und anziehen. So, und jetzt mit dem Goldschwert natürlich. Ich meine, mit dem Eisenschwert. Nein, 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 nein. Ja. Goldener Apfel, den muss ich nur essen. Dankeschön. Ja, ich brauche gar nicht so viel essen, aber okay. Aber okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So, wo sind denn die anderen hin? Unten? Da ist einer. Ist der gerade hochgegangen? Ich weiß es nicht. Muss mich konzentrieren. Unterbrecht mich nicht beim Nachdenken. Ah. Ah. Lala. So, was passiert manchmal? So. Ja, was haben wir denn noch? Feiner ist, haben wir noch irgendwelche Sachen? Ne, nichts, was ich brauche. Das kann weg. Das kann alles weg. Nein, ich will das nicht wieder aufheben. So, wo geht's denn hier runter? Wenigstens mal ein kleiner Erfolg. Ist ja schlimm sonst, ne? Da du mal so ein Tieter sein musst, äh, ziehst du dich am Anfang da rein in die Blätter, du Kacksau, du. Na du, hallo, kleines Mädchen. Weißt du, was deine Periode ist? Darf ich dich töten, Mann? Bitte bleib stehen, ich will dich töten. Komm, bleib stehen, ich will dich töten. Das ist unfair, renn dich weg. Hör auf, wegzurennen. Du bist so intelligent. Ups. Du bist so böse, ich weiß. Ich weiß. So, wer ist denn jetzt noch übrig? Ich hab's nicht lesen können. Scheiße. Blubberblasen, 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 Babys. Ha! So, ah, hier war anscheinend jemand. Steigen wir mal runter. In die Abgründe der Menschheit. Da ist er. Hallo. Hallo, du. Hallo. 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 Komm doch her, Junge. Komm her. Komm her. Ja, jetzt geht's natürlich drum, wer schneller schlagen kann. Und das war ich. Eindeutig ich. Oh, so ein Scheiß hier. Das braucht doch kein Mensch. Oh, ha, ha. Das braucht keiner. Und das braucht keiner. Und das braucht auch keiner. Und das ist auch nicht. Da ist da. So, jetzt ist... Wie viel sind denn jetzt noch da? Natürlich. Na sicher. Na sicher. Klar gehe ich an die Kiste ran. Bin doch lebensmüde. Ach, wo ist der denn? Guck mal, das Bowser. Man kann in den Bowser reingehen. Wollte ich mal sehen, wie ich in den Bowser reingehe? Ja. Okay. Das habe ich gestern gezeigt bekommen, wie man da reingeht. Ja. Da ist er. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Jo. Ah, ah, schöner Tag. Ja, ich bin gemein. Lasst mich in Ruhe. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin nicht gemein. So. Ja, reicht, oder? Reicht erst mal. Ich meine, wir haben lange genug Zeit, dass eures Lebens vertrödelt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.